Die Blogger League 2019 mit dem John Deere Spieltag Challenge Nummer 2. Dabei geht es um Manövrierfähigkeit und die Geschicklichkeit unserer Starblogger. Perfekte Voraussetzung dafür bietet die neue 6M-Reihe von John Deere. Warum das so ist und warum Christoph mit seiner Eigenleistung überhaupt nicht zufrieden ist. Ich habe mich immer am Zelt orientiert, aber das war dann ein bisschen zu weit rechts. Kreuzgrut sich fix. Das alles und noch viel mehr. In einer neuen Folge der Blogger League 2019 jetzt nicht verpassen.